Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wolltest du jetzt gerade mit dem schlafen? Hey, ich darf, was ich will Merkst du es noch? Ich habe meine Tage Wo ist das Geld? In Nürnberg Was hast du gemacht? Dragen Du hast von unserem... Das ist nicht dein Ernst, oder? Du, was wollt ihr machen? Ohne Scheiß, es reicht mir langsam Geil Wach endlich auf Du hättest doch mit mir reden können Das ist gar nicht so, das ist nicht so Ich bin morgens aufgestanden, hab meine Line gezogen Komm her, komm her Schau dir das jetzt an So, diese... Lass los, lass sofort los Nein, 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 nein Diese Puppe, das ist... Das ist Spinnibuhe Hör auf jetzt, hör auf jetzt Wer macht sich jetzt gerade bei K1? Dieses Ding hier, das ist eine Plastikkuppe Eine Scheiß... Plastikpuppe ist das Begreif es endlich, es ist... Tötet das Tier Das ist eine Puppe Verdammte Scheiße Ich bin ja ein... Ohrensohn Ich habe das ja selbst erlebt mit dem Shitstorm In meiner grundtiefen Verehrung für Jimi Hendrix Habe ich mir irgendwann eine schwarze Perücke aufgesetzt Mir eine Bandana gemacht Ich hatte auch eine Gitarre Und die ausgestellten Hosen habe ich sowieso noch Und mit Blackfacing hast du dich schwarz geschminkt? Ja, aber das war eine tiefe Verneigung vor Jimi Hendrix Und nichts anderes Und ich war in Beverly Hills auf einer Party Wo nur weiße Banker waren Ich habe zum ersten Mal gewusst, wie sich ein Schwarzer fühlt Korrekt, du fragst nicht nach dem Stundenlohn Du kriegst ne Waffe Du kriegst ne Mütze Du Hohrensohn Emilia Fester spricht von Wahlrecht für Zweijährige What? Emilia Fester spricht von Wahlrecht für Zweijährige Wir dürfen jetzt mit Tieren Dinge machen, die wir früher mit schwarzen Menschen gemacht haben Ahu, du Bile Jetzt werden wir mit Tieren verglichen, ja? Hör mal, was haben wir denn damit zu tun? Haltet uns mal komplett daraus, ja? Wenn du, wenn du die Welt retten willst, dass die Leute kein Fleisch mehr essen Mach das, ne? Wir haben damit nichts zu tun Gar nichts Gar nichts Gar nichts Meine Kinder sind polnisch Meine Freundin hat muslimischen Hintergrund Mein Großvater ist Ägypter Mein Großvater ist Ägypter Mein Großvater ist Ägypter Jetzt ist die Luft rein Kiss Ich liebe dich auch, Schatz Wir gehören zusammen Sie sieht ja noch geil aus als im Internet Sag mal, bist du bescheuert? Warum soll ich bescheuert sein? Guck mal, wie geil die ist Das ist keine Puppe, das ist meine Freundin Was für Plastikding, das ist meine Freundin Du wolltest auch, dass ich eine Freundin hab Sagst ja gar nichts Hab ich irgendwas falsch gemacht? Samantha und ich, wir lieben uns Aber es tut mir so leid, dass du ständig alles miterleben musst Jedes Mal, wenn wir zusammen unterwegs sind Dass alle möglichen Leute kommen und uns anpöbeln Lass uns in Ruhe, bitte Die haben alle keine Ahnung Ich hab mir vielleicht auch überlegt, dass wir uns vielleicht eine Wohnung nehmen könnten Einfach weg von dem... Du bist doch krank Ich glaub, du hast nicht alle Latten am Zaun Hey, schau dich doch mal an Ja, findest du das ganz besonders männlich Dir so einen Scheiß hier zu bestellen und dafür dein Geld auszugeben? Das ist nicht männlich, das ist scheiße Anna, pass doch mal auf, die war teuer, Mann Du bist ein totaler Egoist Wie ich mich fühle, ist der... Ich bin scheißegal Du kannst nicht einfach mal das Rote so viel machen, geil Lass die in Ruhe Abortions worse than slavery I don't care how, I don't care if this hurts your feelings I don't care Abortion is the number one worst human rights issue that has ever happened on American soil Do you believe in abortion after birth? I believe in whatever the woman wants to choose to do That's her choice At any point of the child's life? At any point of the lady's life That's her choice To kill another person's body It's gonna always be her choice Even after the baby's born? It's always her choice So if they're two years old? It's always her choice I can kill my two-year-old It's a woman's right to choose To kill their child at any point It's a woman's right to choose Your thoughts? What? Bei mehr als 8000 Menschen wurde wohl Kochsalz gespritzt Und laut Polizei könnte die Krankenschwesterin Impfgegnerin sein Mehr Nachrichten Die Krankenschwesterin Krankenschwesterin Die Krankenschwesterin Die Krankenschwesterin Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.